Wir haben viele Leute in diesem Land und man muss ein Government haben, die über jeden denkt. Nicht nur über die Reichen, nicht nur über die Bequemen, aber für alle Leute. Nicht nur in terms of economy, but religion, nationality. Man braucht zusammenbringen, ein Führer, das für jede Person tief Respekt hat. Und wir wissen, wer das für uns tut. Das sind wunderbare Schlussworte. Danke vielmals, Professor Klandell. Applaus